So, Christian möchte jetzt mal hier was sagen. Willkommen bei Ischgl Vol. 4. In den kommenden Videominuten erwartet euch viel Spaß, lustige Gegebenheiten. Ist gerade nett, kaum mit seinen Kampfs. Und interessante Personen. Sieh dir mal in die Kamera. Guck, guck. Nee, vor zwei Jahren gab es schon Video und das war schon verheerlich. Die leicht angetrunken sind. Das schneiden wir natürlich rein. Vorher. Genau, nachher mit Gips und allem. Ischgl! Ich schreie! Ja, da träumen sich manche weg, die schämen sich. Nein, die schämen sich. Das ist ja meine Renngruppe. Also das ist eure Renngruppe. Das ist meine Renngruppe hier. Okay, und wo rennt ihr nach? Ja, das ist so, so überlegen. Wir rennen wahrscheinlich direkt in Thaya. Wir rennen da, da noch, da noch. Genau, da noch. Da noch? Da noch, genau, jawohl. Ich will aber auf die Seite. Ah, geil, dann rennen wir da noch. Ja, da hin. Ja. Hey, ich stelle nicht wieder vor mit den Tickets. Hallo. Ihr rennt sowieso wieder quer standbar, das ist klar. Ja. Ja, Leute, wer sind wir, dass ihr euch gerade verschiebt bist? Wir sind die Party-Profis. Ja, Leute, wer sind die Party-Profis. Ja, Leute, wer sind die Party-Profis. Ich kann nicht mehr sleep. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020